Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch zurück auf Sans Islands. Ja, die Kollegen hier, die sind sehr, 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 sehr fleißig. Wir können ja mal reinschauen, wie es aktuell aussieht. Wir haben schon wieder 600.000 da und können wieder mal ein bisschen was zurückzaubern. Ja, wir sind jetzt im Jahr 1861. Ich habe die Datumsgeschwindigkeit die ganze Zeit auf 1 gelassen. Ich will mich ja ein bisschen vorkämpfen, denn tatsächlich sind die frühen Zeitalter, naja, nicht so spannend. Und ich denke mal so, so wie in dem anderen Let's Play so 1890 bis 1910 rum, das ist eigentlich so ein Bereich, da wird es dann ganz lustig. Ich mache mal wieder auf schnell und ja, ich habe gesagt, ich zahle die Schulden ab und dann sehen wir uns wieder. Ich habe mir währenddessen noch einen Tassenbudding geholt und beziehungsweise war meine Lebensgefährtin so gütig und hat einen gemacht. Und ja, den habe ich mir geschnappt und jetzt bin ich quasi bestens ausgestattet für eine neue Folge. Und ich habe richtig Lust. Hier ist zwischenzeitlich, glaube ich, Industrie aufgeploppt, denn das Teil habe ich vorher nicht so richtig wahrgenommen. Aber sei es drum, das ist natürlich jetzt hier sehr nah. Die Frage ist, wollen wir das? Denn der Nachteil an so einer nahen Industrie ist ja, dass wir mit dem Transport nicht so viel verdienen. Und ich bin prinzipiell auch der Meinung, dass ich diese Strecke hier ganz cool finde. Vor allem, wenn die dann irgendwann hier auch nochmal weitergeführt wird. Ich glaube also, das Kohlebergwerk hier gefällt mir ganz gut und ich denke, dass wir das jetzt als nächstes hier anschließen, so wie wir das geplant haben. Und ja, das heißt, wir brauchen, lasst uns mal überlegen, wir müssten, wenn wir die Strecke irgendwann fortführen, dann fahren wir hier so lang. Wir brauchen hier eine Brücke und wollen ja vom Prinzip. Uh, ich weiß gar nicht so richtig. Vermutlich ist das eher, nee, wir wollen schon hier rum. Weil wir wollen ja dieses Kreissystem, so wie ich es mir gedacht habe. Und da fahren wir aber. Ja, ich habe hier schon eine Brücke gebaut, weil ich tatsächlich überlegt hatte, ob ich das hier her schraube. Aber nee, 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 nee. Wir lassen das mal so. Also wir können tendenziell, wobei doch, wir können das machen. Wir können die Kohle von hier holen und können ja tendenziell vielleicht mal das Eisen versuchen mit einer LKW-Strecke hinzuzaubern. Vielleicht fangen wir damit auch am besten an. Weil jetzt habe ich einmal den Kram hier sitzen und ich glaube, das bietet sich an. Das ist auch nicht so teuer. Während wir da dran rumschrauben, kann nämlich sozusagen, ja, der Zug noch ein bisschen Kohle reinschöffeln. Und tendenziell schaue ich jetzt nicht davor zurück, einfach zu sagen, dass wir nochmal den Kreditrahmen voll ausschöpfen und das einfach nochmal laufen lassen. Und irgendwann, wenn ich nicht so viel Zeit habe zum Aufnehmen, dann lasse ich einfach durchrattern und dann machen wir die Kohle passiv. Aber wie gesagt, aktuell bietet sich das schon noch an. So, erstmal ein Depot. Da können wir dann sozusagen unsere Fahrzeuge rausholen. Dann brauchen wir eine Ladestation. Die können wir eigentlich gleich gegenüber setzen. Das macht schon Sinn. Wie gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen Fahrtstrecke generieren. So. Eine merkwürdige Kreuz. Ne, wir machen wohl ein bisschen kann das schon... Ja, genau. Oh, Indianapolis Werkzeugfabrik. Indianapolis war hier hinten auf dieser Insel. Das ist die ganz hier oben. Die interessiert uns tatsächlich noch nicht so sehr. Ah ja, hier passiert immer ein bisschen was. Wir müssen das beobachten. Ich denke, über kurz oder lang wird sich das schon so entwickeln, dass wir hier ganz gute Industrien zum Stande bringen. So, wir werden jetzt hier tatsächlich nur eine Entladehaltestelle errichten. Die kann tendenziell einfach... Ja, hier sind ja diese Parkplätze hier dazwischen. Und ja, dann ist das eine ganz simple Linie. Von hier in die Entladestation. Und dann kann er da nämlich wieder wenden. Perfekt. Und diese Linie heißt... Und diese Linie heißt... Sycamore Street. Ist hier... Hat das Teil auch einen Namen? Montgomery. Es ist alles in Montgomery. Sozusagen. Das heißt, das ist komplett... Mo-Go. Mo-Go. Eisen-Erz. Kabel-Fabrik. So, das reicht vollkommen zu. Und... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich möchte noch etwas machen. So, dass wir vielleicht versuchen, ein bisschen ein paar Sachen zu unterscheiden. Ich weiß es eben auch nicht. Dass wir sagen, wir haben Zuglinien. Aber das eine sind ja auch Güterzüge, ne? Güterzüge. Oder andersrum. Zug für Güter. Straße für Güter. Und das andere wäre dann sozusagen Zug-Person. Straße für Personen. Sodass wir da auch noch eine kleine Untergliederung haben. Das kostet uns vier Zeichen. Aber ich denke... Ich weiß nicht, ob uns das hilft. Aber vielleicht versuchen wir mal mit der Bezeichnung einfach noch ein bisschen was rauszuholen. So, und wir nehmen jetzt mal... Wir haben schon wieder eine Mille. Das heißt, wir können... Ja, von denen tatsächlich... Das kostet ja Spaß. Ich würde sagen, wir arbeiten uns in Fünfer-Steps vorwärts. Weil die brauchen immer eine Weile zum Laden. Nicht, dass die jetzt hier alle wahnsinnig krass in der Schlange stehen. Da habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Das Laden dauert nämlich jetzt hier eine Weile. Sobald die alle rausfahren, holen wir uns die nächsten fünf. Weil die produzieren ja logischerweise schon... Ja, Betriebskosten. So. Da haben wir die nächsten fünf. Und dann kann man nämlich mal einen Blick hier reinwerfen, was die für eine Frequenz haben. Guck mal, 71. Das heißt, wenn man quasi... Ja, 78. Hier sind wir jetzt auf 406. Das ist perfekt. Und hier wurde jetzt gerade schon was abgegeben. Wie sieht es aus? Lasst uns mal gucken. Ja, 3000. Ist doch okay. Für die kleine Strecke. Das passt schon. So. Selbes Spiel. Nochmal. Jetzt haben wir nochmal 10 extra. Wo ist die? Die ist gar nicht so weit weg. Dayton Maschinenfabrik. Boah. Krass. Guckt euch das mal an. Die ist ja richtig cool. Also wir brauchen definitiv eine Maschinenfabrik. Wir haben hier unten eine. So könnten wir tendenziell natürlich einfach bloß Rahmen hier runter liefern. Und dann einfach die Maschinen nach daten. Das wäre natürlich eine ganz coole Sache. Wir gucken mal. Solange wir die jetzt nicht verschwinden, ist das ja auch alles okay. Da müssen wir uns gar keinen Kopf drum machen. Jetzt haben wir hier eine Rate von 153. Ja, Tendenz. Also wie gesagt, die 20, die können wir auf alle Fälle nochmal mindestens verdoppeln. Ich will bloß eben nicht so schnell. Eins. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und die werden wir jetzt wieder klonen. Ja, und dann wird sich das dann so ganz gemächlich wird sich das, denke ich, einpendeln. Macht auch schon kleine Gewinne, der ganze Spaß hier. Wir gucken mal, wie der Zustand unseres Fahrzeugs ist. Mittelmäßig. Also ich würde auch tatsächlich hier jetzt die Betriebskosten mal hochschrauben. Ich weiß, dass die Gewinne verhalbieren sich wahrscheinlich dann. Ne, weil aktuell ist es so, dass die Linie selber, können wir mal gucken, die hat, ja. Ja, wenn wir 50% mehr Betriebskosten haben, dann steigen die Betriebskosten wahrscheinlich in dem Bereich. Dann machen wir aber immer noch Gewinne. Und dann sind es halt bloß noch 500.000, ne, aber es ist alles okay. Wir können jetzt hier erstmal die Schulden zurückzahlen. Die sind jetzt erstmal plus minus null. Das ist erstmal eine ganz gute Geschichte. Und, ähm, ja, ich, ich, ihr wisst ja, wie das läuft, ne. Alles gemächlich. Gerade zu Beginn muss man sich einfach die Zeit nehmen. So, jetzt haben wir auf der Linie 239, genau. Da gehen wir jetzt nochmal rein. Zug, nee, Straße, genau. Und publizieren nochmal 10 Stück. Zack. So, hier sollte es hoffentlich keinen Stau geben. Ein bisschen schon, ne. Gegebenenfalls hätte man doch hier so einen kleinen Bahnhof hinschrauben sollen mit zwei Abladestationen. Vielleicht wäre das schneller gegangen. Wird der eigentlich irgendwann auf, wenn das Lager voll ist? Das habe ich mich immer schon gefragt. Vielleicht finden wir das heute heraus. So 322. Ja, was den Zustand angeht, können wir tatsächlich sagen, wir beobachten das. Jetzt ist der Zustand zum Beispiel wieder auf sehr gut. Jetzt können wir die Unterhaltskosten wieder auf normal setzen. Und tendenziell sollte das die Linie, ich glaube, in einem Jahr beeinflusst haben. Hier ein bisschen. Und hier wahrscheinlich haben wir in diesem Jahr auch ein bisschen mehr Betriebskosten. So, was ist das Bridgeport? Wir müssen uns mal merken, wo die Städte sind. Dann wissen wir auch ungefähr, wo die ganzen Industrien landen. Das gehört ja alles zu Indianapolis. Indianapolis ist, wir gehen mal, ich weiß gar nicht, Norden, Süden, Osten, etc. Lancaster ist ganz weit unten im Süden. Dann haben wir Grand Rapids, Victorville, okay. Dayton, Montgomery, Grand Prairie, was, wie heißt das? Grand Prairie, okay. Ja, Prairie, okay. Irgendwie sowas. West Valley City. Topeka. Centennial, okay. FateTable. Aber hier wird tatsächlich auch nichts weiter produziert. Die sind wirklich am Arsch der Welt. Also das wird eine coole Sache. Ich sehe das tatsächlich als so eine kleine Herausforderung. Und ich freue mich darauf, dann mich um solche Städte kümmern zu können. Und das dann hier auszubauen. Das wird ziemlich cool. Genauso wie auch Tampa. Gegebenenfalls natürlich mit Schiffen. Das muss man sich da mal anschauen, was da wirklich effizient ist. Ich denke, wir werden zeitnah bestimmt eine Schiffslinie auch errichten. Ich glaube, das wird schon ganz cool. So, jetzt haben wir hier natürlich ganz schön krassen Verkehr. Passt mal auf. Wir machen mal folgendes. Wir gehen mal in die Linie rein. Und wir sagen mal dem, äh, ja genau, SG. Und ich sag mal, der soll hier auch wirklich an beiden Stationen entladen. Ich glaube, dann geht das, äh, beladen, dann geht das, glaube ich, schneller. Zumindest etwas. Denn es nützt uns nichts, wenn wir hier die Rate aufs Maximum schrauben. Aber die Fahrzeuge letzten Endes, naja, sich die ganze Zeit nur stauen. Hier haben wir nämlich dasselbe Problem. Also es macht jetzt keinen Sinn, eigentlich noch Fahrzeuge dazu zu setzen. Ich denke eher, dass wir dann eine andere Technologie brauchen. Oder wir müssten hier einfach eine andere, ja, noch was anders hinbauen. Ich glaube, wir lassen das mal so. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um die Kohle. Und die Kohle holen wir hier mit dem Zug ran. Das, die Route wird nicht so extremst ertragreich sein, ne. Ich finde, LKW-Routen sind generell nicht so lohnenswert. Habe ich so zumindest das Gefühl. Zumindest nicht in dem frühen Zeitalter. Da braucht man schon Züge. Und, ähm, ja. Genau. So, die Linie, genau, die habe ich gesagt, die wird dann hier fortgeführt. Und wir werden wahrscheinlich hier in Montgomery vorbeiziehen. Und das bedeutet, unterm Strich, eigentlich ist das Ding ja angeschlossen, ne. Ich brauche eigentlich die Straße hier nicht. Wir haben hier eine Straßenverbindung von der Seite. Das passt eigentlich vollkommen. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, wir setzen ein Güterbahnhof zum Durchfahren hier an die Position. Ah, lasst uns mal ein bisschen gucken, wie der Winkel sein muss. Er kann ruhig so sein, ne. So kann der Winkel sein. Das passt schon. Und so können wir da auch reinkommen. Ich glaube, das ist so. Okay. So lassen wir das Ding mal stehen. So, jetzt muss man natürlich hier noch eine kleine Straße hinsetzen. Da reicht aber was ganz, 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 ganz Einfaches. Das muss nicht mal. Okay. Bridgeport-Wald. Bridgeport war, glaube ich, auch wieder weiter weg, ne. So eine kleine Kurve reicht schon zu. Dann wieder ein Stück gerade. In der Hoffnung. Ja, ist angeschlossen. Das passt sehr gut. Und hier müssen wir jetzt natürlich von mehreren Gleisen ran, ne. Also das heißt, wir machen jetzt auf alle Fälle erst mal eine Konfiguration mit Gleisen. Das heißt, zack, diesen Spaß hier hin. Wir werden Linien haben, die sich kreuzen und wo auch gewisse Sachen durchfahren. Aber aktuell, ja, wir müssen da mal schauen. Gegebenenfalls müssen wir das dann nochmal ummurscheln. Ich denke, erst mal müssen wir es so lassen. Und ich habe gesagt, ich will hier eigentlich auch ein Durch- und Bahnhof. Er muss natürlich ein bisschen hoch runter, muss das Ding hier schon, ne. Das nützt nichts. Und wir werden, ich weiß gar nicht, wie wir hier lang, hier werden wir wahrscheinlich eher hier lang fahren, ne. Wir werden wahrscheinlich eine Zuglinie hier lang führen. Und die hier bin ich mir jetzt gar nicht so sicher unbedingt, ob ich die hier lang führen will, großartig. Wir werden hier einen Kopfbahnhof erstmal hinstellen. Sollte sich was anders ergeben, dann werden wir das irgendwann nochmal korrigieren. Aber für den aktuellen Moment, denke ich, genügt uns das. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir das Ding so hier reinschrauben, dass das nicht eine Million kostet. Aber trotzdem noch halbwegs effizient ist. Das ist schon krass, ne. Vielleicht so hier. Und jetzt natürlich logischerweise nochmal mit ein bisschen Straße. Hier ein bisschen Kurve rein. Ich glaube, so finde ich es ganz gut. Okay. Genau. So führt das jetzt hier hoch. Aber das kleine Zippelchen hier. Ja, genau. So sieht es schöner aus. Genau. Das können wir so lassen. So. Und jetzt muss man natürlich gucken. Also hier kommen wir nicht drum rum. Hier wird es auf alle Fälle auch ein bisschen abwärts gehen. Spannend. Das ist schon ganz schön spannend. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Oder halt mit Brücke, ne. Mit Brücke ist auch okay. Brücken sind ja auch nicht so wahnsinnig schnell befahrbar. Ich glaube, 90 ist ja hier das Maximum, ne. So in dem Bereich. Eigentlich ganz cool. Ich glaube, das ist okay. Das gefällt mir. Jetzt muss man mal ein bisschen gucken. Oh. Mal hier fast ein bisschen zu viel. Da will er einen Tunnel durchsetzen, ne. Will ich das? Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Im Prinzip muss man sagen, ist das hier erstmal relativ gerade, ne. Das ist erstmal eine ganz coole Sache. Ich glaube eher, dass wir hier ein Stück zurück gehen. und die Strecke hier noch ein bisschen weiter außenrum ziehen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Oh. 220.000. Mit dieser Kluft hier drin. Oh. Dann bleibt die Strecke aber auch sehr, 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 sehr eben. So wie ich das verstehe, ne. Ja. Ist das so eine steile Kurve hier? Tatsächlich? Liegt das an der Straße? Kann das sein? Wollten wir die Straße vielleicht einfach weiter unten lang führen? Macht das Sinn? Ich meine, die ist eh ziemlich, ziemlich behindert, die Straße, ne. Also das muss man, das muss man schon zugeben. Okay, das ist vielleicht so. Wir setzen die erstmal hier. Das ist okay. Halbstoff-Rachenerie, okay. So, und dann... Ist das eigentlich durchgezogen, ne. Wir brauchen die Verbindung ja gar nicht, weil wir hier lang kommen. Das ist völlig okay. Okay, so. Da müssen wir uns zumindest darum jetzt erstmal nicht kümmern. Jetzt machen wir mit den Gleisen ganz normal weiter. Und das geht nicht anders. Also der bleibt dabei und dann sind wir hier auf alle Fälle bei einer maximalen Geschwindigkeit. Außer wir machen eine noch größere Kurve. Und ja, ich neige dazu tatsächlich das auch zu tun. Zu sagen, dass wir hier eine wirklich absolut maximale Kurve fahren. So groß es auch geht. Andersrum müssen wir aber auch hier durch, ne. Da führt kein Weg dran vorbei. Na, wir gucken mal. Wenn wir über 100 kmh bleiben, ist ja auch alles wiederum ganz gut, ne. Jetzt geht er hier auf 90, weil wir hier zu steil sind. Also doch nochmal ein Stück zurück. Ja, und Brücken sind nun mal 90. Das gehört dazu. Okay, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Knete hier reingestopft. Aber das macht nix. Es ist trotzdem im Großen und Ganzen, wie ich finde, eine ganz hübsche Angelegenheit. Und geht eigentlich recht elegant hier rum, ne. Das muss man schon sagen. Also das ist ganz cool geworden. Gefällt mir. Lieber eine Sekunde mehr Zeit nehmen. Okay, passt auf. Wir haben hier ein Depot stehen. Das ist aber sehr, sehr weit weg. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu weit weg. Deswegen werden wir hier auch noch ein zweites Depot hinstellen. Und, äh, ja. Grand Rapids Stahlwerk. Aha, okay, alles klar. Stand das nicht vorher schon? Hier brauchen wir Stahl. Boah, guckt euch mal die Kette an, ey. Man könnte das Ding komplett versorgen mit beiden und hätte Maschinen. Allerdings. Ja, gut. Holz würde man von hier bekommen. Aber der Rest wäre halt wieder ein bisschen weiter weg. Es ist schon spannend, das zu beobachten. Also finde ich echt interessant. So. Neues Zugdepot. Le Depot. Können wir eigentlich hier wieder neben dem Bahnhof schrauben. Wie ich gar nicht so dumm. Und ja, der muss eh erst mal dahinter. Von daher ist das alles okay. Na komm, hab dich nicht so. 13.000, genau, perfekt. So, jetzt gibt's die neue Route. Haltestellen hinzufügen. Ne, nicht Haltestellen. Wir wollen eine neue Linie machen, Freundchen. Und die neue Linie soll bitte einmal die Kohle holen und die Kohle hier nach Montgomery fahren. und das ist dann dementsprechend Zugüter, ne? Und dann MoGo. Kohle. Stahlfabrik. Genau, perfekt. So, so sieht der ganze Spaß jetzt aus. So, und jetzt versuchen wir mal einfach, so, was ist hier los? Warnings. Linie meldet Probleme. Was gibt's denn für Probleme? Es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Warum ist das so? Weil nicht gesagt bestimmt, weil ich bei der Linie gesagt hab. Es gibt hier nur Terminal 1. Was willst du denn von mir? Ich kann hier gar nicht gar nicht die andere auswählen. Weil ich da keine Güterplattform hab. Meine Güte liegt bestimmt daran. Okay, ist nicht schlimm. Äh, konfigurieren. Plattform. Also ich vermute einfach, dass das der Grund ist. Oh. Und jetzt sollte das Problem auch behoben sein. Okay. Fahrzeuge kaufen. Was gibt's denn? Gibt's mittlerweile schon was Besseres? Ja, es gibt jetzt der General. Okay, die fährt 45 kmh und hat auch ein bisschen mehr KW. Davon werden wir zwei hinzufügen. Die sind ja schon recht flott. Die haben ja schon fast das Doppelte an KW. Und dann brauchen wir wieder ein bisschen Cargo. Und da brauchen wir aber diese hier. die offenen Güterwagen mit sieben Kapazität. Und ist schon ein bisschen anders wie die europäischen Fahrzeuge. Ist mir aufgefallen. So, da kann man jetzt nicht so viel dran schrauben, weil wir natürlich nicht so viel Geld aktuell zur Verfügung haben. hab ich kurz gebummelt. Wir können den immer noch erweitern. Das passt schon. So, äh, Zug von Togomowee, Kohle-Stahlfabrik. Stahlfabrik. So, das leistet der natürlich ohne Probleme, ne? Das sieht sich, die Züge sehen schon eine ganze Ecke anders aus. Echt verrückt. Wir schauen mal an, was die Linien so abwerfen. Also unsere Straßenlinie ist mit 42.000 nicht wirklich 100 Punkten, nicht wirklich dolle rentabel, ne? Das muss man dazu sagen, wenn man die Betriebskosten gegenrechnet. So, und jetzt muss man davon ausgehen, dass ich die Fahrzeuge natürlich auch irgendwann warten muss. In der Straßenverbindung, die haben jetzt schon nur mittelmäßig. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Unterhalt auf sehr hoch setze, werden wir da wahrscheinlich Minus machen auf der Strecke. Und, ja, die Linie hier wird vermute ich mit einer Rate von 149 natürlich auch nicht wirklich gut performen. Aber wir beobachten das ganze Spiel. Schauen uns das an. Solange wie ich mit der Linie gut plus mache, ist ja auch alles okay, ne? So, Fahrzeuge. Auch Zustand gut. Zustand sehr gut. Zustand gut. So, hat jetzt schon ein bisschen was wieder abgeworfen, ne? So, jetzt können wir definitiv auch, wir schrauben jetzt Stück für Stück einfach die Wagen dazu. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr, weitere Schulden aufzunehmen. Deswegen machen wir das einfach peu a peu und sehen zu, dass wir diese Linie jetzt auch rentabel bekommen. Genau. Und dann sehen wir ja mal einfach, ne? Wir werden hier das Ding um die Kurve Montgomerie in den Bahnhof setzen und dann wird es einfach hier weitergehen. Das ist schon, wenn ich mir das betrachte, obwohl es wird schon gehen, aber wir müssen halt einmal durch Montgomerie durch. Und in Montgomerie werden wir auch einen größeren Bahnhof brauchen, denke ich. die Stadt wird schon auch, denke ich, ein bisschen explodieren. Hier werden wir ein bisschen was umbauen müssen. Ich würde den Bahnhof schon ganz gerne hier so hinschrauben. Und dann brauchen wir viel Platz für Gleise hier, dass die hier gut durch können. Wird ein bisschen eng, das heißt, wir werden den Bahnhof eher so ein bisschen in die Richtung ausarten lassen. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir die Linie können wir ein bisschen später einführen oder so. Das müssen wir mal gucken. Wir finden da schon eine Lösung. So, okay. Zack. Nochmal ein bisschen was dran. Güterwagen. Wieder einen einfach dazu. Stück für Stück. Grand Prairie Wald. Ja, ist auch so ein Punkt. Ich habe überall, ich habe die Waldeinstellung auf volle Pulle. Ich finde, alles ohne das macht eigentlich auch keinen Sinn. Man braucht schon richtig schön viel Wald. Das ist schon cool. Und ich kann mir vorstellen, irgendwann zu sagen, okay, wir müssen hier auch mal vielleicht so das ein oder andere Gebiet selbst bauen. Wo wir einfach einfach selbst schön bauen mit Assets und so. Ich habe ein bisschen mich mal umgeschaut und schon ein paar Assets und so hier reingenommen. Ich habe tatsächlich selber noch gar nichts weiter probiert. Ich weiß, okay, es gibt hier so das ein oder andere und das kann man hier auch super mit einbinden. Aber ja, ich habe tatsächlich noch nicht so viel Zeit da reingesteckt. Ich habe das einfach nur mal pauschal probiert, was man da alles, was es so alles gibt. Park Assets. Ich habe keine Ahnung. Ah, kann ich jetzt hier? Uh, ah, verstehe. Ah. Ich wünsche mir im Übrigen immer noch die Möglichkeit, die rechte Maustaste zu drücken mit irgendeiner Kombination meinetwegen und das frei Hand drehen zu können und nicht immer M&N drücken zu müssen. Das ist irgendwie schräg. Gegebenenfalls lege ich mir das einfach auf mein Logitech-Kram. Muss ich mal gucken. Ja, das ist hier noch so ein Assets-Pack. Das ist natürlich ganz spannend. Okay. Kann man sicherlich was draus machen. Das ist schon ein bisschen süß, ne? Wer sich einfach nur immer gleich im Kreis dreht, ist wirklich wie so ein bisschen Modellbahn. Und die Kollegen hier. Nett. Ja, macht mal schön weiter hier. Wir gucken mal. Ja, wir haben wieder ein bisschen Kohle zusammengekriegt. Sozusagen gleich Fahrzeug verwalten und gleich noch Anhänger dran. 200, 400, 600. Da kriegen wir gleich drei noch dran. Damit steigt die Kapazität schon auf 105. Ich mag diese Ansicht. Oh, die sieht auch schon ein bisschen anders aus, ne? Muss man auch ein bisschen rausgucken. Eigentlich müssten wir nochmal hier so eine, so eine, so eine, so eine. Ich glaube, das wenn ich, ich hoffe, das funktioniert. Das wäre ganz cool. Machen wir vielleicht einfach mal noch so eine, so eine kleine. Ja, jetzt fährt er in einer normalen Geschwindigkeit. Das ist schon wahnsinnig cool. Oh, jetzt habe ich die Leertaste gedrückt. Ist auch witzig, weil die Züge gar nicht aneinander angeschlossen sind. Guck mal. Waggons, das müsste schon besser aussehen. Genau, hier passt das. Guck mal, die Leertaste, weil ich es gewohnt bin, aus anderen Spielen mit Hüpfen nach oben zu kommen. Das haben wir hier natürlich jetzt nicht. So, 45 kmh. Also der fährt tatsächlich auch sein Maximum. Ziemlich coole Geschichte. Definitiv. Okay. Ah, da war wieder Autosave drin. Genau, okay. Wir neigen uns schon wieder dem Ende der Folge. Es ist so schön. Es macht so viel Spaß. Ich komme gerade auch gar nicht weg von der ganzen Geschichte. Schlimm, 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 schlimm. Wie sieht denn das hier aus? Wir können mal ganz kurz gucken. Hier müsste ja tendenziell, ich weiß gar nicht, was man hier erfüllen muss, damit er hier Level 2 erreicht. Einfach noch mehr reinliefern, vermute ich mal. Wie sehen eigentlich die Städte aus, das Wachstum? Also da müssen wir uns dann natürlich auch zeitnah drum kümmern. Aber ich will auch ganz gerne natürlich ein paar von den Industriezweigen vollbekommen. Und ja, 65% ist natürlich bei Weitem noch nicht alles. Hier haben wir 64%. Wir sind aber etwa auf einem Niveau. Der sehen wir jetzt auch hier. Oh, schaut mal. Eine Baldwin-Klasse 5, 6. Und eine Pferde-Trumpf, USA. Ich, ja. Interessant, interessant. Ich glaube, ich, ja, genau. Wir werden, hier haben wir jetzt die Stahlproduktion. Tendenziell macht es schon Sinn, dann nach Dayton zu gehen. Wir haben hier ja jetzt einmal das Sägewerk am Laufen. Was würdet ihr davon halten? Coole Frage, ne? Wenn ich einfach sage, ich stopfe noch mehr Holz in das Sägewerk. Und wir haben ja hier noch ein paar Vorräte. und dann liefern wir hier mal eine schön lange Uhr einfach durchgehend und die führen wir bis Dayton. Und dann können wir nämlich einmal hier den Kram einrichten und machen. Ich glaube, das klingt nach einem ganz sinnvollen Plan. Ich muss mir mal das so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und ich werde auch auf alle Fälle noch mal ein bisschen weiterbauen, dass wir hier vorwärts kommen. Denn ja, ich glaube, es gibt noch wesentlich spannendere Geschichten, die wir uns hier in dem Let's Play angucken können. Ganz da hinten wieder irgendwas. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch macht das Spaß. Ich würde mich sehr über einen Like freuen. Und ja, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss, tschüss.